So, zweiter Teil der Reaction auf Karl, der Tobias Huch zerstört. An sich wollte ich es eigentlich privat weiter anschauen, aber wir haben jetzt gerade nichts besseres zum Anschauen und es ist eigentlich ganz unterhaltsam, also machen wir mal weiter. Let's go. Oder dass du das machen musst, das ist einfach nur ein, hey, guck mal, wenn du das wirklich so denkst, dann haben wir noch ein bisschen was zu arbeiten, ne? Weil dieses ganze Gelaber von trans date ich nicht oder dies date ich nicht oder das date ich nicht, das hat ja auch ein bisschen was mit gesellschaftlich vorgegebenen Präferenzen zu tun. Also ich hab mich da in den letzten Wochen einfach, weil ich mit Tamal ein bisschen drüber gesprochen und dann hab ich mich mit einigen Fragen beschäftigt. Okay, also ich hab noch nie gesellschaftlich entschieden, was ich irgendwie kennenlernen würde oder nicht. Also ich finde, da spielt die Gesellschaft nicht so eine große Rolle für mich. Und die haben mir insane weitergeholfen, einfach nur aus meiner Position heraus, zum Beispiel. Eine der Fragen, die das Transsein für mich am besten greifbar macht, ist, wenn ich morgen einen Unfall hätte und ich würde meinen Penis verlieren, wäre ich dann weniger was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Also wir sollten an der Stelle nochmal betonen, Dekalent hat einen so viel größeren als ich. Das hat er mal selber so gesagt. Ja. Ich kann aus vertraulicher Quelle bestätigen, dass er das nicht wissen kann, aber er hat's behauptet. Äh, danke für den Follower. Der Mann, als ich es jetzt bin. Und die Antwort ist nein. Guten Abend, großer Steuermann, hier mein Beitrag. Man kann mir meinen Penis nehmen, man kann mir, gut, ich nenne es Bart. Einige würden es wahrscheinlich eher ziemlich peinliche Pflaumen für einen 35-Jährigen nennen, aber... Äh, dafür bist du 100-fach schöner. Ey, meine DMs stehen offen. So ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal Bart-Fussel. Wenn man mir die Fussel hier im Gesicht nehmen würde, wäre ich dann mehr oder weniger Mann. Ey, meine DMs sind geschlossen. Also, Satire. Wenn man mir die Hoden nehmen würde, wäre ich dann mehr oder weniger Mann. Wenn man mir die Potenz nehmen würde, wäre ich mehr oder weniger Mann. Nein, nein, das ändert alles nichts daran, dass du ein Mann bist. All diese Fragen konnte ich beantworten mit nein, wäre ich nicht. Ich wäre immer noch ein Mann, natürlich. Ja, klar. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Du hättest dann eine körperliche Einschränkung, aber du wärst immer noch ein Mann. Und es gibt nichts, was man an meinen Äußerlichkeiten verändern könnte, was mir das nehmen würde. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben trans verstanden. Und jetzt gehen wir ins Existenz. Nein, 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 nein. Das zeigt doch eigentlich eher, dass du dein Geburtsgeschlecht behältst, anstatt dass es sich ändert. Also, das wäre jetzt eher eine ziemliche Argumentation, der ich nicht folgen würde. Dein Gespräch mit Leitern war legendär. Ja, krasse Jugend und schon so clever zu sein kann. Respekt. Danke auf jeden Fall. Danke. Ja, was heißt clever? Ich bin ganz zufrieden mit dem Gespräch. Ein paar Sachen hätte ich auf jeden Fall deutlich besser machen können. Extreme. Was wäre, wenn man mich, wenn man meinen Geist in den Körper einer Frau setzen würde? Wäre ich dann eine Frau oder wäre ich immer noch ein Mann? Ich wäre ein Mann. Ich bin einfach ein Mann. Ja, dann wärst du vom... Das ist relativ einfach. Dann würdest du dich wie ein Mann fühlen. Aber dann hättest du den Körper einer Frau. Das ist korrekt. Also, dann wärst du körperlich gesehen eine Frau, aber vom Geist her gefühlt ein Mann. Dann hättest du Geschlechtsdysphorie. Das ist ziemlich einfach tatsächlich. Jetzt hat es Karl verstanden, glaube ich, oder? Ein Mann. Daran ändert meine Äußerlichkeit nichts. Nichts von dem, was außen ist, ändert was an meinem Denken, an meinem Sein. Ja. Und dann konfrontiert man sich mit der nächsten Frage und die geht Richtung Dating. Würde ich Isa verlassen, wenn sich an ihren Äußerlichkeiten irgendetwas verändern würde? Na, ich glaube, wenn sie jetzt wahrscheinlich, wenn sie jetzt ein männliches Geschlechtsorgan, ich sag das jetzt mal ganz provokant, so, das darf man ja nicht mehr sagen heutzutage, hätte, dann wahrscheinlich schon. Kann zumindest gut möglich. Wenn der jetzt morgen einen Penis wächst, würde ich Isa verlassen? Unter Umständen. Also, ich kann mir zumindest, also, ich glaube, also, ach, ich finde das schon eher abstoßen, also, nee. Kein Fall, niemals. No fucking way. Würde ich nicht tun. Und wenn man dann darüber nachdenkt und sich mit all diesen Fragen konfrontiert, dann stellt man fest, dass dieses ganze gesellschaftlich gegebene Präferenzbild schon sehr beeinflusst ist. Wovon? Dass es bei Beziehungen zwischen Menschen eben um so viel mehr geht, als um Genitalien oder irgendwelche oberflächlichen Äußerlichkeiten oder so. Aber dass das Zusammenkommen auch... Ach, bin mit meiner Alten zufrieden. Ah, unser Chat ist ja, ist hier neues, neues, besseres Tinder. Wenn vieles davon evolutionär bedingt ist, also, was mit Reproduktion hat, Reproduktion zu tun hat, ja, eigentlich, also, eigentlich versuchen wir uns als Menschen ja von unseren, von unseren Instinkten und Trieben zu lösen. Einfach nicht mehr auf Reproduktion zu achten und das als so erste Matrix zu nehmen. Und dazu gehört eben auch das Entfernen von Geschlechtern insgesamt. Was interessieren mich denn Geschlechter? Warum ist... Mich interessiert es schon. Also, wenn dich Geschlechter nicht interessieren, Karl, dann bist du Pan. Da ist überhaupt nichts schlimm dran. Aber du musst halt akzeptieren, dass das nicht alle sind. Das ist absolut in Ordnung. Kannst du gerne sein. Es stört absolut niemanden. Da ist auch nichts verwerflich dran. Nichts falsch dran. Das ist kein Grund, dir irgendwie... Dich irgendwie dafür zu schämen oder so. Aber nicht alle sind das. Nicht annähernd alle. Also, das ist halt ein kleiner Prozentsatz. Das ist für mich wichtig, ihn Mann und Frau zu ordnen. Guckt mich nicht. Das ist gut. Das ist ja in Ordnung. Dann ist er anscheinend Pan. Das passiert mich nicht. So, ich finde... Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Und da gibt es gewisse Eigenschaften dieser Menschen. Und die ordnen wir gesellschaftlich Männern und Frauen zu. Oh mein Gott. Was? Ne, ich... Ich stehe prinzipiell auf diese gewissen Eigenschaften. Das können Frauen sein. Das können Männer sein. Aber es gibt ja diese Unterteilung gar nicht. Es ist nur ein gesellschaftliches Ding. Und da haben wir eigentlich begriffen, dass das in vielen Fällen ein Problem darstellt. Aber dieses Geschlechterdenken als solches ist ja ziemlich veraltet. Das ist ja ziemlich... Nein. Geschlechterrollen sind veraltet. Geschlechterdenken ist absolut normal. Das ist ja ein Neandertalertum. Entfernen von Geschlechtern. Ja, was meine ich, wenn ich sage, wir müssen uns von Geschlechtern entfernen? So, wir haben ja mit dieser... Abschneiden. Abschneiden. Einordnung in Mann und Frau haben wir ja gewisse gesellschaftliche Eigenschaften, die Männern und Frauen zugeordnet werden. Also... Ja, nee. Das sind Geschlechterrollen. Karl differenziert nicht. Wenn wir Frauen hören, dann denken wir an einfühlsam, sympathisch, gut mit Kindern und so. Das sind alle so die Eigenschaften, die so automatisch in den Kopf kommen. Wenn wir an Männer denken, denken wir an Autos, Bier. Arg und die arbeiten und die ernähren die Familie und die schlagen sich gerne und trinken gerne Alkohol und schauen Fußball und so. Wisst ihr? So all diese Eigenschaften, die man eher klassisch Männern oder klassisch Frauen zuordnet. Davon sollten wir uns entfernen. Das ist doch Quatsch. Ja, wie gesagt, deswegen kannst du immer noch auf Frauen oder Männer stehen, sonst bist du halt Paaren. Und nicht alle sind Paaren. Das ist halt genauso, wie nicht alle hetero sind. Die ultimative Befreiung des Seins ist es doch, wenn du sein kannst, wer du bist und wie du sein willst. Wenn eine Frau auf Fußball steht oder auf Formel 1 oder gerne Bier trinkt, ist sie... Ändert das nichts daran, dass sie eine Frau ist? Das ist halt wirklich so low. ...ist sie dadurch nicht mehr oder weniger Frau? Natürlich nicht. Wenn ein Mann mit Puppen spielt oder Kleider trägt, ist er nicht mehr oder weniger... Okay, doch, wenn ein Mann mit Puppen spielt, ist er ziemlich weird. Also, es ist halt unabhängig davon, ob es ein Mann oder eine Frau ist, es ist meistens recht weird. Mega Mann, ne? Nee, kommt tatsächlich nicht auf... Kommt nicht darauf an. Das ist egal, bei welcher. Das ist weird. Das eigene Selbst bestimmt, wer du bist. Und nicht irgendwelche gesellschaftlichen Pflaster, die man da oben drauf knallt. Und das meine ich mit, wir müssen uns von Geschlechtern entfernen. Geschlechter sollten am Ende des Tages keine große Rolle mehr spielen für uns, ne? Frage, das ist die essentielle Frage. Warum tut er es? Darf ich sie zur Deko im Schrank haben? Finde ich erstmal angemessen, dass du mich das fragst. Ähm... Ja, aber schließ besser ab, damit die dich nicht umbringen können. Und da sind Transmenschen uns einfach so weit voraus. Was? Und da können wir nicht hinkommen. Also, da können wir nur hinkommen, wenn wir uns wirklich intensiv mit uns selbst beschäftigen und uns mit Fragen konfrontieren. Weil die sich all diese Fragen schon gestellt haben. Was bin ich? Wer bin ich? Nee, Cis-Menschen und Transmenschen sind in allen Punkten gleichwertig, können auf dem gleichen Wissensstand sein und so weiter. Da würde ich nicht unterscheiden in Cis- und Transmenschen, die weiter sind oder weniger weit. Es ist komisch, komische Untertrennung. Ja, die meisten haben sich damit mehr beschäftigt, aber ich finde das trotzdem weird. Wenn andere, was andere behaupten, haben sie einfach Unrecht. Ähm... Also... Ja. Ist das... Danke für den Follower. Wenn ich in den Spiegel schaue, ist das... Ja. Ist das ausschlaggebend für den Menschen, der ich bin? Was ist denn das für ein pseudophilosophisches Gelaber? Ja. Oder nicht? Und die Antwort ist, nein. Das ist nicht ausschlaggebend dafür, wie du bist. So wie du aussiehst, hat nicht zu bestimmen, wer du bist. Wenn du dich anders fühlst, dann ist das so. Und dann bist du so, wie du dich fühlst. Und dann kommen wir eben in den Bereich der geschlechtsangleichenden Operationen und so einen Scheiß. Das ist doch... Warum machen wir da überhaupt einen Hehl draus? Ich finde persönlich Schönheits-OPs oder irgendwelche... Warte, der hat jetzt nicht gerade ernsthaft geschlechtsangleichende OPs mit Schönheits-OPs mehr oder weniger gleichgesetzt. Also, das kann man ja wohl nicht vergleichen. Also, vergleichen schon, aber nicht gleichsetzen, oder? Also, eine geschlechtsangleichende OP ist jetzt nicht sowas wie eine Schönheits-OP. Das finde ich auch gar nicht so gut, das unbedingt so zu sagen, weil dann zahlen Krankenkassen dafür nicht mehr. Plastischen Operationen ist doch völlig wumper. Ist doch beides plastische Chirurgie, oder? Ja, aber die einen brauchen das halt, um mit ihrer Geschlechtsdysphorie klarkommen zu können. Und die anderen machen das halt, weil sie, warum auch immer, sich hässlich fühlen. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie aber Unrecht. Da musst du, ich habe ja mit Lexi da neulich drüber gesprochen. Ich finde nicht, dass man das gleichsetzen sollte. Aber, Alter. Ich finde, bei plastischer Chirurgie bei Frauen gibt es noch dieses Extra-Problem des gesellschaftlichen Anspruchs. Also, dass wir Normschönheit vorgeben und viele junge Frauen in die Situation drängen, dass sie ein gutes Äußeres benötigen, um im Leben voranzukommen. Und dieses schöne Äußere wird gesellschaftlich vorgegeben, wird diesen Menschen ins Gehirn gepflanzt. Und aus dieser Motivation, so zu sein, wie andere dich sehen. Ja, definitiv. So durch Instagram und so weiter, wird da auf jeden Fall ein Druck ausgeübt. Sehe ich auch kritisch. Das Ding ist, irgendwie manche Sachen darfst du kritisieren bei Schönheits-OPs und andere darfst du irgendwie nicht kritisieren. Das ist ganz, ganz schwierig. Bei manchen Sachen sagt man dann, ja, das ist ein gesellschaftlicher Schönheitswahn. Aber wenn du dann einer Person sagst, ja, nee, ist vielleicht ein bisschen eine schlechte Idee oder so. Dann bist du direkt, ähm, komplett böse und schränkst eine Frau in ihrer, in ihrer Handlungsfähigkeit ein oder sowas. Äh, genau. Ähm, zum Beispiel, was ich, was, was, aber das, das Ding ist, ähm, zu, zu, zu Karl nochmal ganz kurz. Ähm, die Operationen, was Transmenschen angeht, kannst du nicht so einfach auf, als Schönheits-OP bezeichnen, weil diese Menschen das eben psychisch brauchen, weil sie eine Störung haben. Gender-Dysphorie, Geschlechts-Dysphorie. Ähm, und damit hast du halt, ähm, eben ein Problem, das du lösen musst. Und das kannst du halt eben nur lösen, indem du den Körper umoperierst. Deswegen ist das nicht einfach nur so eine Schönheits-OP, die du machst, weil du dich gerade mal unwohl fühlst. Das ist halt wirklich, das kannst du feststellen im Gehirn. Und wenn jemand, und das ist, das ist fest so und das bleibt auch so. Das ist nichts, was du dich heute mal so fühlst und dann morgen anders. Ähm, genau. Mich, mich, das ist auch nochmal eine gute Sache. Ähm, Amaya hat mich auf, hat mich auf Twitter als, als, als trans bezeichnet, weil ich lange Haare habe. Das war auch wild. Einfach misgendert, fand das lustig. Ich hab danach ziemlich gut mit, mit Amaya mich unterhalten zwar, aber ich fand das, fand ich schon ziemlich respektlos, muss ich sagen. Ich fände, an dem Punkt hätte ich auch das Recht gehabt, sie auch zu misgendern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn sie mich, wenn sie mich als Frau bezeichnet, dann hätte ich an dem Punkt auch kein Problem damit gehabt, sie zu misgendern. Sehen wollen? Gibt es da eine Operation? Wissentlich, klar, wissentlich. Sie hat darunter geschrieben, wir Transfrauen sollten doch zusammenhalten. Das ist ganz sicher wissentlich. Mein Twitter-Name ist Hugo. Das ist ein männlicher Name, das erkennt man wohl. Das finde ich wack. Aber wenn du dich selber anschaust und denkst, alter, ich hätte gerne richtig geile Lippen. Und ich will das für mich. Warum denn nicht? Mach es doch. Mir doch egal. Juckt niemanden. Mach doch. Wir haben die Möglichkeiten dafür. Wir haben die Menschen, die das können. Also mach das. Fertig. Ja. Brasilian Butt Lift ist nochmal ein ganz anderes Thema. Weil das ist, also BBL ist halt wirklich sehr, 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 sehr gefährlich. Weil wir da aus der eigenen Verantwortung, also der Selbstbestimmung, eben dieses übergeordnete Maß an Risiko haben, dass etwas reguliert... Nini, sie hat mir im Gespräch auch gesagt, dass sie mich wissentlich misgendert hat. Sie hat mir, sie hat mich im Gespräch, sie hat mir im Gespräch gesagt, dass sie mich wissentlich misgendert hat. Ich wollte jetzt kein großes Ding draus machen, aber ich fand das schon, ich fand das schon, fand das schon relativ hart von einer Person, die natürlich auch nicht misgendert werden möchte. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Oder verboten sein sollte, ne? Also ich denke, dass Operationen, die eine hohe... Mich hat das gar nicht getroffen. Mir ist das so egal. Ich meine, ich habe den Clip hier drin, wie Monte mich Frau nennt. Es geht darum, dass sie sich sehr darüber aufregt, wenn man ihren alten... Was ich, by the way, auch nicht gut finde. Viele benutzen bei Amaya den alten Streaming-Namen als zum Ansprechen immer noch. Was sie überhaupt nicht möchte. Finde ich respektlos, das zu machen. Habe ich auch heute auf Twitter geschrieben. Aber sie soll dann niemand anderen misgendern, bitte. Ich habe sie nicht misgendert, dann darf sie mich auch nicht misgendern. Und ich bin da nicht auf das Level runtergegangen. Aber ich fände es nicht verurteilswert, wenn das jemand anders gemacht hätte. Und ich hätte prinzipiell damit auch kein moralisches Problem gehabt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Getroffen hat es mich gar nicht. Ich fand es nur einfach weird. Genau wie ich... Weird und lustig. Bei Monte finde ich es einfach nur lustig. Deswegen habe ich diesen Clip hier drin. Wenn mich das verletzen würde, hätte ich diesen Clip hier nicht drin. Ist ja wohl logisch. So. Ah, du hast mir bei Twitter geantwortet, Lucy, schon. Danke. Wir haben ihm verboten gehören. Und allein aus dem Fakt, dass sie trans ist, dann ist es transfeindlich. Ich habe das damals schon in meinem Original... Ah, okay, Mist. Nee, die hat doch das... Ja, und eben, jetzt habe ich lange geredet und lange gefaselt. Und das hat wahrscheinlich niemanden interessiert. Oder nur sehr wenige. Was ich damit sagen will, ist, niemand zwingt euch, irgendeinen trans Menschen zu daten. Das Herausstellen der Transfeindlichkeit einer Aktivistin, die betroffen ist, ist eigentlich am Ende des Tages genau das. Das Herausstellen von Transfeindlichkeit innerhalb einer Aktion. Und was soll das bringen, ist die Frage? Aus einem persönlichen, betroffenen Interesse als Aktivistin. So. Und bringen soll das was? Und im besten Fall führt das dazu, dass die Leute, die das hören, sich einfach mal mit ihren eigenen Ansprüchen auseinandersetzen. Nein. Sich mit ein paar Gedankenexperimenten konfrontieren. Das wird auch nicht passieren. Und darüber nachdenken, ob trans wirklich so eine große Rolle spielt. Und das wird auch nicht passieren. Insbesondere, wenn ja innerhalb der transidenten Menschen so unglaublich viel Diversität liegt. Also alleine die Hormonbehandlung. Mein lieber Scholli-Elter, was da möglich ist. Nein, aber ich kann auch einfach sagen, grundsätzlich nein. Unabhängig von der Hormonbehandlung. Das kann von mir aus auch transfeindlich sein. Aber dann hast du nichts gewonnen, wenn du mich so nennst. Ich bin nämlich nicht transfeindlich. Ich habe nichts gegen Transpersonen. Ich behandle die wie jede andere Person. Nur eben, dass ich sie in dem Bereich vielleicht ausschließe. Ich sage nicht mal, dass ich das mache. Aber ich könnte es auf jeden Fall machen. Und das wäre nicht schlimm. Was da alles möglich ist. Sollte eigentlich niemanden interessieren. Was behauptet. Gut, ab. Oh Gott, oh Gott, was für ein Theater immer. Ach Gott. Ich meine, richtig dumm wäre es ja. Das ist aber auch eine gute Reaction dazu. Man kann entweder das machen, was ich gemacht habe. Oder man sagt halt, was ein Theater. Kann man auch tun. Ich glaube übrigens, dass das, was ein Theater, auch eine Reaktion ist, die man bringen kann. Aber das sollte einem dazu verlassen, sich nicht zu dem Thema zu äußern. Ich glaube, man sollte an sich selbst den Anspruch haben, wenn ich über ein Thema spreche, dann darf ich niemals davon ausgehen, es vollumfänglich begriffen zu haben, sondern sollte im besten Fall mich damit beschäftigen und im allerbesten Fall Betroffenen zuhören, weil die eine ganz andere Perspektive ihrer eigenen Lebensrealität auf die Situation haben. Aber mit den richtigen Betroffenen, mit den Betroffenen erster Klasse. Die Betroffene zweiter Klasse nennt man Tokens und mit denen darf man nicht sprechen. Lexi ist zum Beispiel so eine Betroffene zweiter Klasse. Mit der zu sprechen, wäre absolut fahrlässig. Das darf man nicht. Sprech mit Betroffenen, aber nur mit den Guten. Nur mit den Guten. Die Bösen-Betroffenen sollten wir ausschließen und canceln. Und wenn man das macht, dann kommt man auch zu neuen Erkenntnissen. Also die Frage, wie ich ein anderer Mensch wäre, wenn ich einen anderen Körper hätte. Lexi hat ja auch keine Ahnung. Das stimmt doch gar nicht. Also jetzt gerade reagieren wir halt auf Kuchen über drei Ecken. Aber eigentlich reagiere ich auf Dekadent. Der auf Tobias Huch reagiert, der auf Kuchen reagiert. Das heißt, eigentlich geht es mir um Dekadent und nicht um Kuchen hier. Aber ja, ich feiere einiges, was Kuchen macht. Ich finde die Themen meistens ziemlich interessant. Es geht nicht um Gerechtigkeit und Diskriminierung, sondern um In-Group und Out-Group. Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Und ob mich das mehr oder weniger zu einem Mann machen würde, die hat mir wirklich sehr geholfen. Das... Franz-Menschen sehr viel besser zu verstehen und deren Recht auf Selbstbestimmung noch intensiver... Manchmal, aber auch nicht immer. Ja, aber es ist ja schon komisch, wenn man sagt, sprich mit Betroffenen, aber bitte nur mit den Betroffenen, die ich mag. Weil die anderen Betroffenen liegen im Prinzip ja erstmal falsch. Darum geht es ja. ...über voranschreiten zu wollen. Ne? Ja. Der jetzt, wenn Karl in diesem Gespräch ebenfalls genau diese Meinung vertreten würde... Es ist aber transfeindlich. Wenn du einen Menschen... Was ist denn transfeindlich? ...wenn du einen Menschen ausschließlich aufgrund ihrer oder seiner Transidentität... Die Betroffenen, die mir zustimmen, Hugo. Ja. Genau so ist es eben. Das ist eben das Gefühl, was man hat. ...auschließt. Dann ist das ja transfeindlich. Quatsch. Naja, doch. Dann hast du... Dann ist deine... Es geht ums Dating, ne? Ja. Na gut. Karl wieder komplett lost. Das ist natürlich... Das ist auch eine gute Begründung, ne? Ich mag das immer, wenn man eine Community hat, der man alles so schön begründen muss. Ähm, ganz kurz. Karl, dieser Karl beschwert sich jetzt darüber... Dass er... Dass Kuch eine Mitläufer-Community hat. Leute, haben wir denn eine Mitläufer-Community? Schreibt mal in den Chat, ob ihr ein Mitläufer seid. Natürlich jetzt... Puh. Das muss ich erst mal verdauen. Aber... Man ist ja eine sehr viel einfachere Welt, ne? Zu sagen, das ist Quatsch. Und alle sagen, ja. Das ist ja sehr einfach. Das ist ja sehr, sehr viel einfacher. Ich hab jetzt hunderttausendmal begründet, warum das transfeindlich ist. Ich hab auch innerhalb des Gesprächs hunderttausendmal begründet, warum das transfeindlich ist. Weil es so unglaublich viele... So unglaublich viele Eigenschaften gibt. Dieser... Dieser... Alles andere als homogenen Gruppe von trans Menschen, die man nehmen kann, um seine eigene Präferenz zu beschreiben. Und der große Kicker, der ja auch in diesem Video einfach rausgeschnitten worden ist, ist, dass das problematisch trans... Wer würde schon... Wer würde das schon von sich behaupten? Also, Karl-Community schon. Karl sagt, er ist hier autokratischer Führer und die alle... Ja, Karl. Also, das war ja maximal eine Projektion gerade von Karl. Das Huch eine Mitläufer-Community hat aber eher nicht, oder was? Ich würde weder bei Karl noch bei Hugo mitgehen. Großartig. Das transfeindliche im Dating für mich das ungefragte Äußern ist. Das habe ich hunderttausendmal gesagt. Wie du dich selber fühlst, was du selber denkst, welche Präferenzen du glaubst zu haben, sind ja im Endeffekt nichts anderes als eine oftmals sehr verschlossene Lebensrealität, in der man glaubt, sich zu befinden. Aber in der darf ich mich auch befinden, oder? Also, ihr seid ja blöd. Also, ich sage das jetzt ganz offen. Aber ich habe ja ein Recht, blöd zu sein, oder? Transmenschen für euch grundsätzlich auszuschließen, ist ja blöd. Was ist für... Ein halber Prozent oder so ist jetzt nicht so krass viel. Es gibt ja tolle Transmenschen da draußen, wo das Transsein überhaupt keine Bedeutung haben sollte für whatsoever, weil es um den Menschen dahinter... Kinder kriegen. ...hinter geht. Das ist ja bescheuert. Das ist ja am Ende des Tages einfach euer Problem, wenn ihr das so seht. Das ist ja einfach eure verklemmte, sehr verschlossene Lebensrealität, in der ihr denkt, unterwegs sein zu müssen, um irgendwelche Normen zu erfüllen. Das ist ja euer Problem. Das gefährlich Transfeindliche ist das ungefragte Äußern. Glaubst du an freien Willen? Boah, das ist ein bisschen zu deep jetzt. Ähm. Glaube ich an freien Willen. Bedingt würde ich sagen, oder? Weil wir gesehen haben, wie das instrumentalisiert werden kann von rechtsextremistischen Organisationen. Da müssen wir nur nach Amerika gucken. Da gucken wir nach Amerika, wir gucken uns die Superstraight-Bewegung an, wir gucken uns an, dass Leute denken, diesen Hebel des Datings nutzen zu wollen, um Transfeindlichkeit salonfähig zu machen. Ja, und das mache ich nicht und davon distanziere ich mich auch. Damit habe ich schon mal mit dieser Gruppe gar nichts mehr zu tun. Dann wäre Heterosexualität und Homosexualität transfeindlich. Wir müssen alle pansexuell sein. Ja, ist so. Das, was Kai gesagt hat, ist pansexuell. Das ist absolut in Ordnung. 100 Prozent. Ich kenne ein paar Leute, die pansexuell sind. Absolut nichts schlimm dran. Aber wo genau die Doppelmoral von Huch liegt, habe ich bis jetzt auch noch nicht mitbekommen. Um die Aussage, das sind Monster, mit denen macht man nichts, die gibt es gar nicht für mich, salonfähig zu machen. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Ich finde es so schön, wie wir jetzt einfach zweimal Dekadent immer haben, auch wenn der Alert kommt. Danke für den Follow. Karl hat selber gemerkt, dass diese Aussage ziemlich dumm gewesen ist. Und das hier ist ein Paradebeispiel, wie Karl argumentiert. Natürlich könnte er jetzt einfach sagen, nee, warte, das war ziemlich dumm, was ich gesagt habe, weil am Anfang habe ich genau das Gegenteil gesagt. Das verstehe ich übrigens nicht. Vielleicht haben wir da einfach unterschiedliche Wahrnehmungen oder vielleicht habe ich das Gegenteil gesagt. I don't fucking know. Ich glaube einfach, dass ich im Laufe des Gesprächs viele Dinge noch mal weiter konkretisiert habe. Wie Karl sich rausredet. Wer sagt denn sowas? Ja, Karl hat gesagt, dass du nicht in Geschlechter daten solltest, sondern dass du nach Mensch daten solltest. Und das kannst du natürlich machen. Du kannst sagen, Geschlecht ist mir komplett egal beim Dating, aber dann bist du halt pansexuell. Und das ist halt einfach nicht jeder Mensch. Weil ich gemerkt habe, dass Dinge nicht verstanden worden sind und dass ich, also weißt du, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es einfach ein Verständlichkeitsproblem ist. Tobias, hat Karl mich zerlegt? Karl hat dich komplett zerlegt. Es ist wirklich traurig. Ich sitze hier die ganze Zeit und denke mir so, Mist, jetzt muss ich doch einfach hier Karl zustimmen. Es ist so dermaßen traurig. Hochschön, dass du reinschaust, was geht. Problem ist. Aber er versucht jetzt das Gespräch so zu manipulieren, dass er am Ende recht hat. Und das klappt. Karadon, Dankeschön für weitere 10 Gifted Subs. Kuss geht auch raus. Die Community freut sich. Schreibt alle mal ein Herzchen rein oder danke. Sogar. Er sagt nämlich erstmal folgendes. Okay, ich glaube, wir haben hier einfach nur ein Missverständnis. Ich glaube, das ist einfach nur ein Missverständnis. Geht das vielleicht noch ein bisschen leiser gepegelt alles? Auf was beziehst du das Dating? Ich meine, jeder Mensch, der schon mal irgendetwas mit Linguistik am Hut hatte, der weiß ja, dass das in den Raum stellen eines Missverständnisses als logische Folge hat, dass man seine Aussagen konkretisieren muss. Ja, aber wenn du dir darin widersprichst, hast du dir ja trotzdem widersprochen. Dann wäre es halt besser, einfach zu sagen, dass das, was ich gerade gesagt habe, hat keinen Sinn ergeben. Ich meinte eigentlich, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja klar. Wenn du merkst, okay, hier gibt es ein Missverständnis, dann musst du ja das von dir Gesagte konkretisieren. Stimmt, Linguistik ist es sowieso nicht. Sorry, mein Chat ist zu schlau für Dekalden. Das ist ja jeder auf die Geschichtsteile. Ach so, ja, also klar, es war nur ein Missverständnis. Wie soll man denn bitte die Aussage? Nee, Bro, also wenn du transpersonisch datest, weil sie trans sind, ist das transfeindlich. Anders von... Tobias Huch mit fast 1000 Leuten. Leute, wir reagieren gerade hier darauf, wie Dekalden Tobias Huch komplett zerstört. Ey, jetzt könnt ihr einfach live dabei zuschauen, wie hier der Streamer, den ich bis gerade zugeschaut habe, komplett zerstört wird. Danke für die ganzen, ganzen Follows. Ich mach die Alloots mal ein bisschen leiser, damit wir weiter reagieren können. Und ein Sub kam auch rein. Zu krass. Danke für den Rate. Sehr, sehr stark. Und 20 Subs. Viel zu viel. 20 Subs. Leute, 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 ihr seid doch... Huchzuschauer sind einfach so krasse Mitläufer. Zeige ich euch ganz ehrlich, so wie Karl das gerade gesagt hat. Das macht gar keinen Sinn, da kann es gar kein Missverständnis geben. Aber gut, was meint er denn jetzt genau? Egal, ob geschlechtsangleichende Operationen da ist oder nicht. Egal, in welchem Stadium wir uns befinden. Wenn ich sage, ich möchte generell keine trans Personen daten, dann ist das in Ordnung. Genauso wie wenn ich sage, wenn ich generell keine schwarzen Personen, generell keine weißen Personen oder generell keine Menschen aus Südamerika daten möchte. Und das ist dann nicht rassistisch oder sexistisch, wenn du sagst, ich möchte als heterosexueller Mann keine Männer daten. Das ist deswegen nicht sexistisch. Beziehungsweise es ist kein Problem, dass es sexistisch ist, weil das einer der Bereiche ist, wo das halt Sinn ergibt. Nicht alle Menschen auf der Welt sind Pan. Akzeptier's. Es ist nicht schlimm daran. Es ist völlig in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du Pan bist, aber es ist eben auch völlig in Ordnung, wenn du nicht Pan bist. Lasst unbedingt alle mal ein Follow hier da, Leute. So wie es hier gerade die ganzen schon machen. Machen wir die 1500 noch voll heute, oder was? Weil es einfach nur um dein persönliches Dating geht und du kannst alle ausschießen. Wenn du sagst, du möchtest nur Menschen aus Honduras, die über 2,10 Meter sind daten, dann ist das... Deswegen kriege ich keine Dates. Ich hätte mich nicht auf Honduras... Ich finde übrigens, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann, dass ich ein einziges Streaming ja in dieser Verfassung streamen dürfte. Ich würde mir wünschen, dass das etwas ist, wo ich herzlich drüber lache und nicht das Problem dahinter erkenne. Und mir die Frage stellen muss, okay, wie kriegen wir das aus den Köpfen der Leute raus? Und wie transportiere ich das am besten für eine Zuschauerschaft, die wahrscheinlich nicht da ist, weil sie nicht die Zeit hat, sich mit so einer Scheiße zu beschäftigen? Wie ich. Und du sollst in die 2,20 Meter festlegen oder 2,10 Meter festlegen sein. Ich muss dann anfangen. Ja. Hä? Also, wo ist das Problem? Also, ja, wenn das Leute jetzt auf Herkunftsland irgendwie beziehen, kann man selber anders sehen. Aber letztendlich, wir können es auch niemandem verbieten. Mach halt. Es ist ja... Es ist ja... Auch das sollte nicht verboten sein. Die Sache, die Aussage, ich date keine Schwarze zum Beispiel, da steckt ja so viel dahinter. So, man muss sich ja die Frage stellen, warum? Warum findest du oder siehst du einen Unterschied zwischen schwarzen und weißen Menschen? Das eine kannst du halt attraktiv finden und das andere nicht. Prinzipiell mal. Ich finde das jetzt auch eher nein. Niemals. So, und jetzt... So, jetzt haben wir noch ein Raid von Polytopia bekommen. Welcome Raiders. Lasst auch ihr alle mal ein Follow da. Ja, Twitch Chat ist jetzt Anarchie. Leute. Danke für den Raid hier. Ist jetzt gerade der zweite Raid innerhalb von zehn Minuten. Danke für die ganzen Follows. Machen wir die 1500 noch voll heute, oder was? Danke an alle. Da haben wir nun mal hunderte Jahre von rassistischer Diskriminierung und Stereotypen, von Stigmatisierung, rassistischer Stigmatisierung, von Eigenschaften, die Schwarzen zugeschrieben wird. Nee, natürlich solltest du nicht sagen, ich date keine Schwarzen, weil die dumm sind. Das geht natürlich nicht. Das ist ganz klar. Das geht natürlich nicht. Aber du kannst sagen, dass du prinzipiell nicht auf Schwarze stehst. Das ist in Ordnung. Und jetzt haben wir wieder Anarchie. Sprechen doch nicht, wir sprechen in einer unfreien Gesellschaft, können wir niemals ausschließlich von äußeren Merkmalen sprechen. Das geht nicht. Jedes äußere Merkmal hat gleichzeitig immer irgendeine Eigenschaft, die ihr zugeschrieben wird. Wir haben... Ja, das ist traurig, aber es bringt halt nichts, wenn ich deswegen für mich persönlich das nicht mehr sagen darf. Das ist halt das Problem. Du kannst diese gesellschaftliche Diskriminierung damit nicht wegmachen. Guck mal, jetzt fehlen noch 20 Follows bis zu den 1500 Leute. Machen wir die bitte noch voll. Und vergesst auch nicht auf den Discord-Server zu kommen. Ausrufezeichen DC, ganz wichtig. Stereotype, wir haben Vorurteile, wir haben Stigmatisierung, wir haben Rassismus. All das führt dazu, dass wir schwarze Menschen so sehen, wie wir sie sehen. Wie gesagt, aber das können wir nicht wegmachen, indem wir die jetzt beim Dating nicht prinzipiell halt unattraktiv finden dürfen. Damit machen wir das nicht weg. Scheiße. Ich meine, ich muss euch doch nichts Neues erzählen. So jeder weiße Mensch, der schon mal durch Berlin gelaufen ist, hatte schon mal ein ungutes Gefühl, weil einem eine Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund entgegengekommen sind. Und das sage ich als Linksradikaler. Ich hatte noch nie ein ungutes Gefühl, weil mir eine Gruppe an bestimmten Nationalitäten entgegengekommen ist. Ich hatte ein ungutes Gefühl schon mal, weil Leute, die für mich persönlich einen unangenehmen Eindruck gemacht haben, mir entgegengelaufen ist. Aber das hat für mich nichts mit Hautfarbe zu tun oder mit Herkunft, geschätzter Herkunft quasi. Ich glaube wirklich, dass ich da relativ frei von bin. Aber gut, wird vielleicht jeder sagen. Aber prinzipiell ist das auch schon bei, sagen wir mal, deutschen, deutsch gelesenen Menschen, wie auch immer das Karl richtig ausdrücken würde, mir passiert, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Also ich glaube nicht, dass das wirklich nur was mit Nationalität zusammenhängt, dass man da irgendwelche Vorurteile hat oder so. Und dann muss man sich immer wieder selber vor Augen halten, scheiße, das ist unnötig, dieses Gefühl. Das basiert auf irgendwelchen rassistischen Stereotypen. Und das muss mich jetzt in diesem Moment nicht belasten. Und genau das heißt es, sich seine eigene... Danke für 40 Bits, die hier gerade reinkamen. Sehr, sehr krass, Leute. Ihr supportet mal wieder anders. ...Kranzfeindlichkeit bewusst zu sein. Sieben Follows noch bis zu den 1500, Leute. Sieben Stück. ...ein eigenem Rassismus bewusst zu sein. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Wir leben in einer transfeindlichen Gesellschaft. Sozioökonomie matters. Wir haben Einflüsse, die auf uns wirken und uns definieren. Und gegen diese unschönen Einflüsse müssen wir uns aktiv zur Wehr setzen. Ha, 1500 Follos erreicht, Leute. Ha. Anfang des Jahres hatte ich so um die 200 Follos. 200. Jetzt haben wir 1500 Follos. Krank. Krank, krank, krank. Danke an euch alle. Und denkt dran, wenn ihr jetzt schon folgt, dann werdet ihr später, wenn es perfekt läuft, zu den OGs gehören. Da kommt gerade der Alert für die 40 Bits und hier kamen gerade nochmal 5 Bits rein. Das ist ein aktiver Prozess. Und deswegen ist die Aussage, ich date keine Schwarze oder ich finde Schwarze nicht attraktiv, im Kern rassistisch. Es kann durch rassistische Einflüsse mitgeprägt worden sein, da würde ich natürlich zustimmen. Aber wie gesagt, es hilft nichts, wenn man diese Präferenz deswegen problematisch macht. Oder wenn man diese Präferenz deswegen verurteilt. Das bringt halt nichts dagegen. Und da kommen noch 10 Community Sub Gifts rein. Die Alerts kommen gar nicht hinterher, so viele Follos, wie ihr hier raushaut. 10 Community Gifts, ihr seid doch nur noch verrückt, Leute. Danke, danke, danke. Wirklich zu viel Support von euch heute. Danke an euch alle. Und dann würde ich mir halt wünschen, ich würde all das nicht verstehen. Und speziell natürlich an die, die Subs verschenken oder an die, die Subs dalassen. Das ist natürlich auch nochmal der Riesensupport hier an der Stelle. Und all das nicht wissen, sondern einfach sagen. Der Dirt kommt gleich. Nein, da hängt ein Rattenschwanz dahinter. Da hängt ein fucking Rattenschwanz dahinter. Verdammt. Das ist fucking in Ordnung. Ja, deine Präferenzen sind immer in Ordnung. Und danke auch Norbert für die weiteren 10 Giftsubs an die Community. Da wird ja auch niemand wieder gesprochen. Und alles, also ich will das nur ganz klar sagen. Ich will das hier ganz, ganz, ganz klar zum Ausdruck bringen. Für all, für all die Leute, die nur das KuchenTV-Video gesehen haben. Ich habe, das wurde hier aus dem Kontext geschnitten. Alles. Aber ich habe mir doch die gesamte Reaction, äh, die gesamte Reaction, den gesamten Talk angeguckt. Hier kommt by the way der Alert für die 10 Giftsubs. Wenn andere was anderes behaupten. So, danke für die 10 Giftsubs auf jeden Fall. Da kam der Alert. Alles, was der gesagt hat, wurde, äh, was der hier sagt und zeigt, wurde aus dem Kontext geschnitten. Dann zeig's doch. Dann zeig uns den richtigen Kontext. Du hast auch ein Schnittprogramm. Du hast Cutter. Füge uns den richtigen Kontext hier ein. Der Kontext, der zeigt, dass Kuchen komplett gelogen hat. Zeig uns den Kontext. Ich hab's mir doch komplett angeschaut. Natürlich kann's sein, dass Karl alles genau so gemeint hat, wie er es jetzt sagt. Und, ähm, wir alle das nur komplett missinterpretiert haben. Das kann natürlich so sein. Aber ich hab's genauso interpretiert, wie's hier im Kuchen-Video war. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ihr mir mehr glaubt oder Karl. Und das ist ne Strategie von KuchenTV. Ach, Digga, ich kann auch da fünf Aussagen von Dekadent aus dem Zusammenhang schneiden und ein Video gegen machen. Naja, das ist gut. Und dass das ne ironische Aussage von Kuchen war, ist ja wohl klar. Also, dass das nicht ernst gemeint war, weiß ja wohl jeder. Das ist Strategie. Weil der Aufhänger, der Grund, warum ich da überhaupt den Unterschied zwischen Präferenz und Transfeindlichkeit gemacht habe. So, die Soundalerts sind jetzt wieder an für Follows. Das heißt, jetzt könnt ihr wieder den Stream unterbrechen. Ist das ungefragte öffentliche Aussprechen deiner Präferenz? Dann klick das Video nicht an. Das Ding war ja, dass jemand das zu einem öffentlichen Thema gemacht hat, weil eben sich ihr Freund getrennt hat, nachdem sie gesagt hat, dass sie trans ist. Und das war der Zeitpunkt, an dem sie ein öffentliches TikTok dazu gemacht hat, was Salami zu einem Video verarbeitet hat. Das Thema wurde ja von einer Transperson in die Öffentlichkeit geholt. Es ging mir im Endeffekt nur darum, dass ich mich nicht öffentlich hinstelle und sage, ich date keine Transmenschen. Ich habe den ja auch gefragt, ich habe Salami ja gefragt, hast du schon mal in irgendeiner Form mit einem Transmenschen im Dating zu tun gehabt? Und er hat gesagt, nein, hatte er noch nie. Warum willst du es dann öffentlich zum Ausspruch bringen? Er hatte noch nichts dazu und will es auch nicht. Dann kann er es auch sagen. Ist doch nichts Schlimmes bei. Eine Transperson kann auch öffentlich sagen, dass sie nichts mit Salami zu tun haben möchte. Absolut in Ordnung. Warum? Und hast du Karl? Ja, das ist eigentlich sogar eine gute Frage. Ich kann sagen, dass ich nichts mit Karl im Datingbereich zu tun haben möchte. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Das kann ich sagen. Und da ist jetzt erstmal nicht schlimm dran. Niemand hat danach gefragt, aber ist erstmal in Ordnung. Und ich hatte auch mit Karl noch nie was im Datingbereich zu tun. Das ganze Gespräch ist auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also wenn ihr das... Habe ich mir komplett angeschaut. Nicht im Stream, dass ich es jetzt beweisen kann, aber ich habe es mir privat komplett angeschaut. Wenn ihr die Gesamtheit gucken wollt, weil ihr mir nicht glaubt, ist das alles in Ordnung, könnt ihr machen. Aber der gesamte Aufhänger des Videos war, bring es nicht öffentlich ungefragt zur Aussprache. Das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Mit der internalisierten Transfeindlichkeit können wir uns irgendwann beschäftigen, wenn wir ein bisschen weiter sind. Wo ein bisschen weiter? Also, okay. Also, wenn wir gesellschaftlich die nicht mehr diskriminieren, dann dürfen wir uns mit unseren Präferenzen auseinandersetzen, oder was? Aber was kann ich denn jetzt dafür, dass die jemand anderes diskriminiert? Ich habe die doch noch nie diskriminiert. Ich habe noch nie was gegen eine Transmenschen gemacht. Warum darf ich jetzt meine Präferenzen erst ausdrücken, wenn jemand anders aufhört, die zu diskriminieren? Wo ergibt denn das irgendeinen Sinn? Oder die Leute, die dir widersprechen, denen würde ich dann auch widersprechen. Da wird niemand widersprechen und es ist absolut in Ordnung. Was hat er nochmal vorher gesagt? Es ist aber transfeindlich. Wenn du einen Menschen ausschließlich aufgrund ihrer oder seiner Transidentität ausschließt, dann ist das ja transfeindlich. Du hast ihn doch. Aber wann zeigt denn Tobias Huch endlich mal die Doppelmoral von, nee, wann zeigt Karl endlich mal die Doppelmoral von Tobias Huch? Auf den Moment warte ich. Die ganze Zeit. Das Video heißt, Karl zeigt die Doppelmoral von Tobias Huch. Wann? Das ist bis jetzt nicht passiert. Wird nix. Ich befürchte es. Ja, nicht was, Alter. Nicht was. Da wurde der ganze, der gesamte Inhalt, und ich weiß, dass es überfordernd ist, weil ich viel davon biete, der wurde hier rausgeschnitten. Ich habe gesagt, dass ihr eure Präferenzen, wenn es denn mal darauf ankommt, anders und konkretisierter zum Ausdruck bringen könnt. Ihr könnt zum Beispiel von einer Genitalpräferenz sprechen. Ich habe aber keine Genitalpräferenz, sondern ich habe den kompletten Ausschluss eines männlichen Geschlechtsteils in dem Bereich. Niemals. Das geht für mich nicht. Nein. Es ist eine Präferenz, aber es ist eine eindeutige Präferenz. Und ich kann auch genauso gut sagen, wenn das operiert wurde, möchte ich das auch nicht. Das geht. Das kann ich sagen. Das kann mir niemand verbieten. Und zum Wohl, hier wurde gerade Trinken eingelöst. Wir können über sonstige Präferenzen sprechen. Und am Ende des Tages, und da ist Sprache dann auch einfach wichtig, bedeutet Präferenz nicht automatisch Ausschluss. In diesem Fall bedeutet es für mich jedoch schon Ausschluss. Das ist eine Präferenz, die zu einem Ausschluss führt. Das ist etwas, das alle Menschen begriffen haben. Jeder Mensch von uns wächst irgendwie mit einem Traummann oder einer Traumfrau im Kopf auf. Und die allermeisten kriegen die nie. Wie alt bist du? Ich bin 16. Sondern landen dann bei irgendeinem Partner, der mit dem eigentlichen Bild des Traummenschens wahrscheinlich relativ wenig... Danke für den Follower. Und nochmal danke für den Follower. ...die ich zu tun hatte. Außer bei mir natürlich. Ich habe meine Traumfrau gefunden. Das hat alles gut funktioniert. Aber die meisten Leute, bei denen ist das ja nicht so. Und deswegen bedeutet Präferenz nicht immer das Ultimative. Ja, was soll das heißen? E-Traumfrau und so weiter. Präferenzen können sich ja auch ändern. So ist es nicht. Danke für die 100 Bits. Danke für 100 Bits. Sehr, sehr krass. Ah, die rote Tonne. Eine Präferenz bedeutet nicht Ausschluss. Ja, ich kann... Nein, du hast ein Bild natürlich von einer Traumfrau. In diesem Fall sieht es jetzt für mich genauso aus wie Polaria Fuxus hier im Chat. Und davon kannst du natürlich erst mal als das Optimale bezeichnen für dich. Aber natürlich gibt es davon auch Abweichungen. Und du kannst dich davon natürlich auch entfernen. Ganz klar. Aber das ist ja was anderes. Das heißt nicht, dass du plötzlich... Weil du sagst, du nimmst auch jemanden, der nicht exakt in dieses Bild deiner Traumfrau passt, heißt das nicht, dass du plötzlich auch auf Männer stehen musst. Das ist ja schon eine andere Präferenz. Das eine ist eine sexuelle Orientierung und das andere ist eine Präferenz. Das ist eigentlich recht einfach. Das sollte Karl auch verstehen. Kann mir in meinem Kopf denken, ich will niemals irgendwie den und den, weil das gingen. Und dann lerne ich den Menschen kennen und merke, ja doch, es geht schon. Dann arbeite ich ja auch gegen meine Vorliebe und Präferenz. Er versteht aber den Unterschied schon zwischen Präferenz und sexueller Orientierung, oder? By the way, danke für den Follower. Weil Vorlieben ja einfach genau das sind, was das Wort schon sagt. Eine Vorliebe. Es ist... Wir können auch in den Essensbereich gehen. Wir können sagen, ich esse keine rote Beete. Ich esse kein Fleisch. Das ist keine Präferenz. Ich esse kein Fleisch. Das ist keine Präferenz von mir. Ich esse, seitdem ich drei Jahre alt bin, als einziger in meiner Familie kein Fleisch. So, ist das jetzt eine Präferenz von mir? Nee, das ist einfach so. Ich habe mich damals dafür entschieden, warum auch immer. Ich hatte dafür keinen Grund. Das war für mich nicht esisch begründet. Das war für mich nicht aus irgendeinem anderen Grund, dass mich meine Familie dazu gebracht hat. Ich habe einfach gesagt, nee, ab heute esse ich kein Fleisch mehr. So. Das ist für mich keine Präferenz. Ich esse nicht manchmal Fleisch, wenn ich nichts anderes habe. Nee, ich esse einfach kein Fleisch. Nichts, wo Fleisch drin ist und so weiter. Eine Präferenz von mir ist, dass ich, was war es rote Beete, nicht so gern esse, wie zum Beispiel eine Pizza. Das ist eine Präferenz. Da versteht man den Unterschied auch eigentlich ganz gut. Ja, kann ich mal sagen. Und dann haben wir rote Beete auf dem Teller und dann schmeckt das auf einmal. Und dann heißt das ja auch nicht. Okay. Jetzt scheiße gelaufen. Aber Fleisch wird halt nicht bei mir auf dem Teller landen und mir auf einmal schmecken. Und bei Karl, der ist Veganer. Da ist es doch sogar noch klarer eigentlich. Und dann sage ich, ah, guck mal. Ich dachte eigentlich, dass rote Beete nichts für mich ist, aber also hier schmeckt das schon ganz gut. Präferenzen und Vorlieben sind langweilig, weil sie nur im Kopf existieren. Dann handeln und konsequent handeln, dann verschließen wir uns einfach nur selber ganz, ganz viel Großes und Geilen, was da draußen. Ich habe an Karl schon eine Ansage gemacht. Wenn er mich wegstrikt, strike ich zurück. Das ist mal auf uns wartet, ne? Sogar widersprochen. Weißt Karl? Fast so, als ob man Beziehungen mit Menschen und nicht mit Geschlechtern führt. Ja, absolut. Absolut. Natürlich führt man Beziehungen mit Menschen und nicht mit Geschlechtern, aber mit Menschen eines bestimmten Geschlechts. Im Normalfall bist du nämlich nicht Pan. Der Durchschnitt der Menschheit ist nicht Pan. Das heißt nicht, dass Pan Menschen nicht normal sind, aber nicht jeder ist Pan und das ist in Ordnung. Nicht jeder ist Pan und das ist in Ordnung. Karl ist auch nicht Pan, soweit ich weiß. Nach dem, was er gesagt hat, ist er zwar Pan, aber scheint so, als wäre es nicht. Mein Internet schon wieder. Es ist wirklich eine Katastrophe hier mit dem Internet. Deswegen sage ich ja, am Ende des Tages sollten wir uns irgendwie, wir sollten irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir uns einfach von Geschlechtern entfernen. Eine Minute danach nicht mehr, was der gesagt hat oder was ist da los? Auf jeden Fall dreht er das Ganze jetzt so, dass er am Ende dann wieder Recht haben kann. Ich glaube, man kann, man kann die unterschiedlichsten Präferenzen haben. Die Frage ist nur, wie bringen wir diese Präferenzen zum Ausdruck? Ja, genau so sehe ich das auch. Ja, wir können Präferenzen und Orientierung haben, das ist nicht das Gleiche. Machen wir es respektvoll oder machen wir es respektlos? Immer respektvoll. Und ich persönlich, ich persönlich. So respektvoll wie nur möglich, klar, absolut. Ich finde, und das ist der weitere Gedanke, ich finde den Ausschluss dran. Was ist mit Peter Pan? Pan heißt, dass du auf alle Geschlechter gleichermaßen stehst. Das ist absolut in Ordnung. Du sagst, du stehst auf jede Frau prinzipiell immer genauso sehr wie auf jeden Mann. Und jeden Non-Binary. Abgesehen davon, dass die nicht existieren. Mann, schwierig. Aufgrund der aktuell herrschenden Dynamik. Jetzt plötzlich ist es nämlich in Ordnung, solange man das Ganze respektvoll tut. Aufgrund der... Nein, das hat mich jetzt auf einmal gesagt. Es ging von Anfang an darum. Es ging von Anfang an. Manchmal... Ich frage mich, ob man an den Punkt kommt, wo... Ich habe es das zweite Mal gesehen, ne? Und die Art, wie er das framet, das ist schon fucking gigantisch, ne? Also das ist schon gigantisch langweilig. Also wirklich. Ich verstehe halt nicht. Er sagt halt nur, er framet und schneidet aus dem Kontext und so. Aber warum zeigt Karl dann nicht, dass er aus dem Kontext schneidet? Warum zeigt er nicht, ha, ich habe mir doch... Ich habe diesen Ausschnitt, der ist doch so klar in der Mitte vom Satz abgeschnitten. Guck mal, was ich hier eine Sekunde davor gesagt habe. Er hat doch Cutter. Bezahlt er denen nichts, dass die nicht arbeiten? Oder warum? Also bezahlt er seinen Cuttern gar nichts, dass die... Dass er denen nichts beauftragen kann, aus einem anderen Video was rauszusuchen? Oder warum machst du das? Warum sagst du immer, er framet und schneidet aus dem Kontext, aber zeigst es nie? Warum zeigst du es nie? Bist du ein Mann oder eine Frau? Ich bin ein Mann. Es wird beim zweiten Mal schauen nicht besser. Es wird eigentlich nur schlimmer. Ja. Ja, ja. ...dynamiken unserer Gesellschaft, also dass sie diskriminiert werden... Dann könnte Karl doch nicht framen. Das ist korrekt. Aber dann soll er anderen nicht Framing unterstellen, wenn er selber framen möchte. ...das aber trotzdem nicht tun. Also die nicht daten. Das stelle ich mir irgendwie komisch vor. Nein. Das ist auch einfach... Ich weiß nicht, ob da einfach eine Amöbe im Kopf rumtanzt oder so. Oder ob da... Keine Ahnung, eine... Das ist amöbenfeindlich. ...Tanzgruppe aus Meckbom unterwegs ist in der Birne. Aber da wird ja... Das hat auch nichts mit Bad Faith zu tun. So, selbst wenn ich mit Bad Faith daran gehe, komme ich ja nicht auf so'n... ...auf so'n Quatsch... So, mit keiner Silbe habe ich jemals erwähnt, wenn du nicht transfeindlich sein möchtest, dann musst du jetzt einen Transmenschen daten. Das sagt ja niemand. In dem gesamten Gespräch ging es eigentlich nur darum, das Ganze nicht ungefragt an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber prinzipiell ist es erstmal in Ordnung, soweit ich jetzt verstanden habe. Um nichts anderes ging es. Das habe ich von Anfang an in diesem Gespräch gesagt. Das wurde nur komplett rausgeschnitten hier. Behauptet er jetzt erstmal. Aber das ist ja... Es ist ja schon eine krasse Unterstellung dafür, dass du sie so gar nicht belegen kannst. So gar nicht. Und er versucht es ja nicht mehr. Selbst wenn er jetzt nur hingehen würde und auf einem zweiten Tag sein Gespräch aufmachen würde und sich die Timestamps raussuchen würde, im Stream, wäre das ja so dermaßen viel besser. Selbst wenn er seine Cutter nicht bezahlen möchte. Ach, das schneidet Issa. Okay, gut. Zu wissen. Ja, also eigentlich date ich keine Transperson, aber ich weiß, dass du diskriminiert wirst. Deswegen würde ich dich jetzt einfach heiraten, um dagegen vorzugehen. Am Ende hat er es dann tatsächlich geschafft, das Ganze komplett anders dastehen zu lassen. Wieso existieren Non-Binary nicht? Ich habe einen Spaß gemacht. Du kannst dich als Non-Binary identifizieren. Das ist völlig in Ordnung. Es ist kein biologisches Geschlecht. Sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen, mein Humor ist recht... recht trocken. Man erkennt bei mir nicht immer, was ein Witz ist. Non-Binary existieren. Natürlich Menschen, die sich als Non-Binary identifizieren, existieren. Sonst würde es die ja nicht geben. Das ist nur kein biologisches Geschlecht. Das war natürlich ein Joke, darauf bezogen, dass das Argument immer kommt, hey, die existieren doch. Ja, natürlich existieren sie. Aber es ist halt ein soziales Geschlecht und kein biologisches. Darum geht es mir. Und zum Wohl. Ich kann ja für mich persönlich sagen, ich date keine Transperson und mache es dann einfach nicht. Und wenn es dann zu der Situation kommt, dass ich halt... Ja, ja, klar, das meine ich. Wenn ich dann, ähm... Wenn ich dann nach drei Monaten eine Transperson kennengelerne... Hey, dem Chat wird ja... Wird wie über mich hergezogen. Huch, huch. Ähm, hier... Was sieht man an Hochs Aussagen? Was ist das wieder für ein Tox? Der Chat von Karl ist auch... Sieht man ja an Hochs Aussagen. Dieser toxische Chat schon wieder von Dekalent. Sieht man ja an Hochs Aussagen, was da schon wieder geschrieben worden ist. Ey, deswegen... Was war daran jetzt toxisch? Was war daran jetzt toxisch? Okay. Auch, ey, ich muss das wirklich an euch sagen, ne? Ich werde ausschließlich, egal was ich hier mache, Bad Faith bemessen. Ihr müsst dafür sorgen, dass auch ihr euren Scheiß in den Griff bekommt. Wenn wir unantastbar werden wollen. Na? Was? Wer... Wer will unantastbar werden? Wer muss was in den Griff bekommen? What? Wer was? Ich bin verwirrt. Wenn ich es hinbekomme, respektvoll mit Leuten umzugehen und mit Inhalten umzugehen... Bist du echt erst 16? Ähm, ja, musst du mir, glaub ich, schon glauben. Ja. Und nur respektlos gegen Rechtsextreme und Nazis vorzugehen, dann müsst ihr das auch machen. Gut. Karl sagt's. Hier ist das Chat von Karl. Sollte nur Leute beleidigen, die wirklich... Ja, okay. Wirklich Rechtsextreme und Nazis kannst natürlich beleidigen. Ich würde dann immer noch mal die Frage nach der... Nach dem Effekt stellen. Ob das was bringt. Aber das ist noch mal was anderes. Ähm. Das ist noch mal was ganz anderes. Aber ja, das ist gut, dass Karl das sagt. Prinzipiell sollte der Chat nicht mehr beleidigen. Und ich hoffe, dass die Leute sich auch daran halten. Aber im Normalfall ist ja eher, Karl macht eher das, was der Chat sagt, anstatt der Chat das, was Karl sagt. Das ist mehr so rum. Weil wenn ihr das nicht macht, dann geht es nicht mehr um Inhalte. Dann könnt ihr euch selber auf den Kopf klatschen, dass ihr Tobias hochbeleidigt habt. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einen Moment. Mama, ich hab heute bei Karl im Chat Tobias hochbeleidigt. Das war absolut der Knaller. War super geil. Ich hab den einen Huchensohn genannt. Aber damit... Das... Das ist ja wirklich... Huchensohn. Das ist ja wirklich so eine dermaßen gute Beleidigung. Das ist ja wirklich auch mies funny. Das reicht dir überhaupt nicht. Ist auch in Ordnung. Wenn ihr nichts erreichen wollt, ist auch cool. Finde ich in Ordnung. Könnt ihr... Aber es fällt doch negativ auf dich zurück, Karl. Machen. Aber dann weiß ich nicht, ob ihr im politischen Aktivismus so gut aufgehoben seid. Versteht ihr? Auch wirklich maximal toxisch. Und auch linksradikal. Aber das sagt er ja selbst. Ja. Ich lernt's hab, alles passt. Und Hände hochgenommen. Leute, ihr... Ihr seid... Huch, das kam unerwartet von Karl. Sie sagt dann in Trans und dann sag ich, aus welchen Gründen auch immer. Die sind nämlich komplett... Wie süß ein Hund. Ach, der will spielen. Ich mach's mal zurück, weil der Hund, der kommt mit seinem Ball, oder? Aus welchen Gründen auch immer. Die sind nämlich komplett... Ja, doch, der Arme. Jetzt macht er den Talk und der bringt extra den Tennisball und er will spielen. Der ist kein Tennisball. Ich bin reich. Und das ist ein Ball, der sich selbst bewegt und der selbst rollt und der auch springt. Ja. Also, der hat so ein Programm, da drückst du drauf und dann rollt der durch die Bude und springt hoch und so. Was hat Karl für NASA-Technik in seinen Hundebellen drin? Der, 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 der linksradikale, ähm, der alte linksradikale, äh, ähm, Superreiche mal wieder. Tennisbälle bei Mali Noirs sind keine gute Idee, weil die halten halt echt zwei Sekunden oder so, wenn überhaupt. Also, ich glaube, so ein Tennisball, wenn ich, wenn, wenn Rex und Lea Tennisbälle hätten, die würden fucking nicht... Stolz ist Parteimitglied seit drei Jahren. Lang lebe der große Steuermann. Die Karlere. Schäfer. Welcher Partei eigentlich? Könntest du nachher zum Mahnerzwerk raiden? Ich weiß nicht, ob ich zum Mahnerzwerk raide. Es gibt noch einen Kanal, zu dem ich vielleicht raiden sollte. Runter. Der Arme. Komplett. Egal. Ja, dem geht's gut. Ich sag dir, nee, tut mir leid, wirklich. Ähm, wir haben uns gut verstanden, aber ich bin halt wirklich auf der Suche einer Narzisse. Diese Person tut mir wirklich von Herzen leid. Dann ist es vollkommen super in Ordnung. Ja. Ich glaube, da wird dir auch niemand den Kopf abreißen. Fines, die macht es schon. Nein. Doch. Dazu muss man, äh, Quandus, äh... Wahrscheinlich die Linke. Ich glaube nicht. Karl hat mal gesagt, er feiert die Linke nicht. Wahrscheinlich, wenn er ehrlich wäre, die Grünen. Aber offiziell darf er nicht die Grünen sagen. Ich glaube, ich glaube, wenn er ehrlich, wenn er, wenn Karl ehrlich wäre, wenn Karl komplett ehrlich wäre, würde er die Grünen fühlen. Aber es darf er halt öffentlich nicht sagen. Aber ich glaube, Karl wäre eigentlich einer, der bei den Grünen ganz gut aufgehoben wäre. Die Linke ist Karl zu rechts. Keine Ahnung, was die Linke Karl ist. Vielleicht ist Karl auch... Vielleicht hat Karl auch ein bisschen kaputt einen politischen Kompass. Ähm, dankeschön. Es lag heftig, wir raiden gleich weiter. MLPD, 100%. Keine Ahnung, was die MLPD ist. Muss man aber auch sagen, Dekalent gehört nicht zu dieser Bubble. Der wird ja selbst gehatet. Die hatten da, äh, die hatten da irgendwo mal so ein Podcast-Format. Ich glaube, da war auch viel... Karl wird von jedem gehatet. Das ist schon wahr. Karl wird so ähnlich wie Huch von jedem gehatet. Das ist schon wahr. Aber teilweise zu Recht. FDP, wenn er reich ist. Keine Ahnung. Ich glaube, Karl... Karl kann nicht die FDP wählen. Das wäre... Wenn das rauskommt... Ja gut, wie will es rauskommen? Solange niemand die Stimmzettel von der FDP verbrennt. Er ist hier drin. Und die hat auch ihn dann wiederum gehatet. Nein, da möchte ich sagen, Finessi ist, glaube ich, Finessi... Finessi ist, glaube ich, so der... Die Einzige aus der Gruppe, die auch danach noch mit mir spricht. Finessi gehört nicht dazu, ja? Auch genug gegen den Kopf gekriegt, muss man fairerweise sagen. Ähm, ich wäre trotzdem halt nicht in den Talk gegangen, ähm, anstelle von Salami, ähm... Wenn andere was anderes behaupten... Also was willst du verlieren? Also was... Ich sehe da jetzt nicht so das Problem. Weil Dekadent natürlich ein... Sagen wir mal... Einen anderen Blickwinkel hat. Um jetzt nicht verzerrte Realitätswahrnehmung zu sagen. Grabenkampf, genau so hieß das. Doch, ich habe eine verzerrte Realitätsansicht. Na, selbstverständlich. Karl hat schon sehr... Sehr starke Positionen, sagen wir es mal einfach mal so. Habe ich das. Ähm... Nee, Grabenkampf war das... War das doch mit Stay. Aber es gab noch was... Oder war die... Nee, Grabenkampf war das, was, äh, Huch meint. Ähm... Das mit Stay heißt Alman Arabica. Mit dabei? Irgend so was Seltsames jedenfalls. Wo Finessi, glaube ich, Theater gemacht hat. Entschuldigung. Nein, Finessi hat kein Theater gemacht. Muss man Karl schon ein wenig verteidigen. Ich glaube auch, dass er auf Teufel komm raus immer gerne Positionen einnimmt, die richtig Krawall bedeuten. So, Leute. Aber ich glaube, an der Stelle beenden wir mal die Reaction, weil mein Internet so dermaßen laggt. Es ist wirklich... Es ist wirklich nicht mehr normal, was mit dem Internet hier los ist. Ähm... Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr das gerade auf YouTube seht. Link zum Originalvideo von Karl ist in der Videobeschreibung. Ich finde, die Doppelmoral hat er nicht so gut aufgezeigt. Es geht noch weitere 20 Minuten oder so, aber das gebe ich mir jetzt nicht mehr ganz, weil das Internet so laggt. Und das macht für die Zuschauer auf Twitch keinen Spaß gerade. Vielleicht, wenn wir irgendwann gar kein Content mehr haben im nächsten Stream oder so, reagieren wir noch fertig drauf. Ähm... Und ansonsten schaut bei Twitch vorbei an die Leute auf YouTube. Und ansonsten kommt. Bis zum nächsten Mal.